Der Besuch bei den Großöttern Die Laura Die Enkeltochter war übers Wochenende bei Inns Großöttern. Beim Frühstück frag ich die Laura, ob sie mir nicht eine Tasse aus dem Schrank bringen kann. Die Laura nimmt eine Tasse aus dem Schrank und saust zu mir. Dabei stolpert das Dirndl und fällt hin. Die Tasse ist in tausend Scherben zersprungen. Ich schimpfe aber das Dirndl nicht und bin froh, dass sich das Dirndl nicht wehtun hat. Daheim sagte Laura dann zu ihren Eltern, die Oma hat jetzt nimmer alle Tassen im Schrank.